Musik Kühlzellen und Türen sind die Spezialität der Firma Pfeufer GmbH aus Süddeutschland. Der Handwerksbetrieb, der 1928 mit Holzschränken und gesäckten Eisblöcken die ersten Kühlschränke baute, ist heute mit über 100 Mitarbeitern internationaler Marktführer im Bereich Kühl- und Tiefkühlzellen sowie industriellen Türen mit speziellen Anforderungen. Als Pfeufer Mitte der 90er Jahre CNC-Maschinen verschiedener Hersteller zur mannlosen Produktion verketten wollte, suchte man nach Lösungen, welche alle Maschinen und Transportsysteme ab Losgröße 1 vollautomatisch steuern konnten. Der Prokurist Herr Stephan Wolf erinnert sich. Alle vorhandenen Programme der Hersteller und auch freie am Markt verfügbaren Softwareprodukte waren weit entfernt von unseren Vorstellungen. Bis auf WICAM. Auf Basis des PN4000 entwickelte man eine Lösung, die bis heute maximale Individualität, Qualität und Automation vereint. Zu Beginn des Programmierprozesses erzeugt das Variantenmodul aus den Aufträgen des ERP-Systems Navision die Einzelteile mit Biegeinformationen und entscheidet je nach Größe, ob Teile manuell gebogen oder automatisch an die Salva Gnini P4 Biegezelle befördert werden. Dann folgt das Coil-optimierte Nesting. Jede Tafel wird individuell Längen optimiert und in der erforderlichen Reihenfolge an der 6-fach Abwickel-Haspel geschert. Die Programme für die Trumpf True Punch 5000 stanzen dann natürlich mit gemeinsamen Trennschnitten die einzelnen Elemente, steuern Inhalt und Position der Etiketten und positionieren mit dem Sheetmaster die halbfertigen Teile an die entsprechenden Positionen für den weiteren Kantprozess. Die passend erzeugten Biegeprogramme geben den Elementen dann die nötige Stabilität. Stefan Wolf Dank WICAM steuern wir diesen elementaren Teil der Fertigung direkt aus unserem ERP-System. Die Dateneingaben an den Maschinen entfallen ganz. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, unsere Produktion konventionell mit nicht vernetzten Insellösungen betreiben zu müssen. Schon deshalb ist WICAM in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis extrem günstig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020